Einen schönen guten Tag. In diesem Video wollen wir nochmals auf die Netzwerkkommunikation eingehen. Denn es erreichen uns immer wieder mal die Fragen, ja warum habe ich jetzt unterschiedliche Bestände, warum habe ich jetzt plötzlich keinen Artikelstamm oder keinen Kundenstamm mehr und so weiter. Für diejenigen unter Ihnen, denen sowas immer wieder mal sporadisch passiert, es sind ganz, ganz wenige, muss ich an der Stelle dazu sagen, ist dieses Video eigentlich gedacht. Zuerst einmal möchte ich Ihnen die Hintergründe erklären, wie das Ganze funktioniert. Dazu habe ich eine simple Grafik mal vorbereitet, in der Sie einfach sehen, wie das funktioniert. Das heißt, wir haben einmal unsere Hauptanwendung, die wir auf einen Hauptrechner installieren, den wir als Server titulieren. In unserem Beispiel ist das hier unser weiße Wabi. Ich habe es halt einfach mal farblich getrennt, damit Sie das besser auseinanderhalten können. Okay. Des Weiteren habe ich auf einen anderen Rechner eine Wabi Profi 3 Installation, die wir einfach mal Client nennen. Okay. So. Der Client greift nun über die Daten, also das heißt mit diesem orange oder rosa farbenen Pfeil, greift auf die Daten des Servers zu. Dazu muss der Weg, also dieser Datenweg, natürlich ein Laufwerk sein, das Sie in Windows gemappt haben und das zum Zeitpunkt vom Starten des Clients hier auch verfügbar ist. Bedeutet, unsere Hauptanwendung, das heißt unser Server muss, der muss eingeschaltet sein und der Client, der Client muss auf die Datenverbindung zur Hauptanwendung zugreifen können. Soweit, denke ich mal, müsste das klar sein. Bedeutet jetzt in unserem Beispiel wie folgt. So. Ich mache mal den Windows Explorer auf und hier habe ich schon mal eins vorbereitet. Das heißt, ich habe hier ein gemapptes Laufwerk Laufwerk von unserem Client, das heißt ich tue, als ob wir der Client sind, zu unserem Server. In dem Fall habe ich einfach ein Laufwerk Z zugeordnet und das greift nun auf die Daten des Servers, sprich auf hier den weißen Rechner zu. Okay. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja wie mache ich das, wie muss ich noch das Netzwerk einrichten. Hierzu bitte ich Sie, unseren Online-Video-Searcher, dieses pinkfarbene Symbol, aufzurufen und dort einfach mal ein Netzwerk einzugeben. Netzwerk, okay. Und hier haben Sie schon diverse Hilfe-Videos, wie Sie das Netzwerk einrichten. Sollte Ihnen das auch noch nicht reichen, können Sie einfach auf unsere Seite gehen, wabi1.de und können auf dieser Seite unten, also weiter links hier, auf Downloads-Treiber gehen. Nachdem Sie auf Downloads-Treiber gegangen sind, scrollen Sie bitte nach unten, bis Sie hier Anleitung zur Netzwerk-Installation unten wiederfinden und dieses PDF können Sie sich ausdrucken und das können Sie sich dann in Ruhe durchlesen beziehungsweise genau das gleiche mitmachen. Doch kommen wir zurück zu unserer Anwendung. Okay. Wir haben also uns erfolgreich unser Netzlaufwerk zugewiesen und dieses zugewiesene Netzlaufwerk müssen wir unseren Client natürlich mitteilen, was wir an der Stelle auch gemacht haben. Bedeutet jetzt im Klartext. Ganz einfaches Ausschlussverfahren. Wenn Sie hier auf Ihren Client, das heißt auf unseren grünen Rechner, ja andere Daten haben, als wir auf den weißen Rechner, sprich am Server, dann kann es natürlich sein, dass Ihr Netzlaufwerkpfad nicht mehr verfügbar ist. Dazu klicken Sie auf dem Client unter Administration, Systemeinstellungen und klicken auf Hardware. Hier klicken Sie auf Netzwerk. Wenn hier bei Datenpfad nichts mehr drin steht, bedeutet es im Klartext, die Netzwerkverbindung ist einfach weg, ist verloren gegangen oder Sie selbst oder einer Ihrer Mitarbeiter hat einen Fehler gemacht. Und diesen Fehler möchten wir an dieser Stelle nochmal reproduzieren für diejenigen unter Ihnen, die das vielleicht noch nicht ganz so verstanden haben. Ich mache jetzt mal folgendes. Kommen wir erstmal zurück auf unsere Grafik. Nochmals. Unsere Hauptanwendung, das heißt unser Rechner, auf dem die Daten liegen, muss natürlich zuerst gestartet sein. Das heißt, Sie müssen erst das Windows starten auf dem, wo die ganzen Daten liegen. Erst dann können Sie die Warby am Client starten. Natürlich erst, wenn dieser Hauptrechner, das heißt der Rechner hier mit unserem weißen Programm läuft, erst dann können Sie den Client, das heißt die Warby Profi, starten. Sonst funktioniert nicht. Weil wenn der hier nicht verfügbar ist, dann sieht das so aus, dann fehlt uns hier das Windows auf dem Rechner und somit kann der Client auf diesen Rechner auch nicht darauf zugreifen. Okay, das sollte soweit eigentlich klar sein. Des Weiteren kann es natürlich sein, dass das Netzlaufwerk noch nicht verbunden ist. Ist aber ein Microsoft-Problem, können wir nichts dafür. Bedeutet, wenn Sie den Client starten und Ihr Client sagt, dass das hinterlegte Netzlaufwerk nicht erreichbar ist und er Sie fragt, ob Sie lokal weiterarbeiten wollen und Sie bestätigen diese Abfrage mit Ja, dann tun Sie genau das, was der Client eigentlich sagt. Das heißt, Sie arbeiten lokal weiter und zwar Sie sagen, der grüne Rechner, der hat seine Daten alleine. Der grüne Rechner greift also nicht auf die Daten des Servers zurück, sondern der Client arbeitet autark, also komplett alleine. Und dem Client, also sprich dem grünen Rechner, ist es egal, was auf dem weißen Rechner steht. So, das können Sie reproduzieren oder einfach mal verfolgen. Wenn Sie sagen, da stimmt irgendwas nicht, dann klicken Sie oben auf Administration, Systemeinstellungen und wählen in der Karteikarte Hardware die Karteikarte Netzwerk. Wenn hier bei Netzwerk nichts drin entsteht, haben wir genau die Situation, machen wir jetzt einfach mal, ich entferne mal den Pfad und starte hier den Rechner alleine, also unseren Client neu. So, das Ganze sehen wir an der Stelle schon mal an hier, dass wir zum Beispiel jetzt hier zwei unterschiedliche Namen haben. Das bedeutet schon mal für Sie, dass Sie sagen, okay, da kann ja eigentlich was nicht stimmen. Wiederum, Umkehrschluss, aha, dann ist die Netzwerkverbindung einfach verloren gegangen. Dazu müssen Sie natürlich in Ihren Systemeinstellungen, wie wir es gerade gesagt haben, Administration, Systemeinstellungen, Hardware, Netzwerk, auf Durchsuchen klicken und dann das gemappte Laufwerk eingeben. Ja, wie in unserem Beispiel haben wir hier unser Laufwerk Z, ja, und das können wir auswählen. Ich möchte an dieser Stelle noch abschließend anmerken, dass wenn in dem Netzwerklaufwerk eben dieser Windows-Anzeige, die Sie hier vor sich sehen, ein gelbes oder ein rotes Symbol befindet, ja, dann bedeutet es, dass die Netzwerkverbindung im Windows schon nicht funktioniert. Das heißt, dann hilft es Ihnen nichts, hier im WAVI weiterzumachen und 50 Mal das Gleiche zu tun, ohne dass es funktioniert, sondern dann müssen Sie in Windows rein und das Problem im Windows beheben. Denn WAVI kann ja nichts dafür, wenn im Windows die Netzwerkverbindung nicht funktioniert, unterbrochen oder blockiert wurde. Haben Sie die Netzwerkverbindung angeklickt und ausgewählt durch Bestätigen des OK-Buttons, steht hier auch der Datenpfad drin und wenn wir nun unsere Applikation, das heißt unser Programm beenden und das Programm neu starten, sollten wir nun wieder auf die Daten des Servers zugreifen und unseren Max Mustermann als Auswahl des Verkäufers zur Verfügung stehen. Hier sage ich ihm, er ist der Client, ist ja wurscht, da können Sie reinschreiben, was Sie wollen. Dann schauen wir mal und jetzt sollten wir den Max Mustermann an der Stelle auch wieder haben. Na, mach. Ja, Max Mustermann, wunderbar. Um das Ganze jetzt abschließend abzurunden und auch zu beweisen, starte ich auf beiden, einmal am Server und am Client, den Artikelstamm und wir sehen, dass wir bei der Artikelnummer 1 hier als Bezeichnung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 haben. Und das haben wir hier auch. Nun ändere ich am Client die Artikelbezeichnung, das heißt, ich nehme einmal dieses 1, 2, 3, 4 raus, speichere das Ganze, und wir sehen, dass wir hier in der Artikelbezeichnung nur noch einmal 1, 2, 3, 4 haben. Jetzt gehen wir auf dem Server zurück und wechseln einmal den Datensatz und wir sehen nun, dass die Aktualisierung nun vom Server abgeholt wurde. Das heißt, der Artikelstamm zeigt hier in der Bezeichnung korrekterweise nur einmal dieses 1, 2, 3, 4 an. Damit ist sichergestellt, also damit ist auch bewiesen, dass die Netzwerkverbindung oder die Datenkommunikation in Wabi Profi 3 im Netzwerk einwandfrei funktioniert, insofern Sie natürlich für die Stabilität und Verfügbarkeit Ihres Netzwerks gesorgt haben und natürlich auch sichergestellt haben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. So, da habe ich jetzt einfach mal diese Meldung noch einmal auf dem Bildschirm aktualisiert oder beziehungsweise noch einmal aufgerufen. Das heißt, wenn Sie Ihren Client starten und der Client kann nicht auf die Daten des Servers zurückgreifen, wohlgemerkt, dann kommt diese Meldung, Ihr hinterlegter Netzwerkpfad ist nicht erreichbar. Netzwerkpfad entfernen und lokal weiterarbeiten, ja oder nein. Wenn Sie sagen nein, dann beendet sich der Client, ohne dass irgendwas passiert. Sobald Sie aber auf ja klicken, bedeutet es, der Client oder Sie sagen zum Client, pass mal auf, das was in den Systemeinstellungen unter Hardware und Netzwerk eingetragen ist, das ist komplett egal, das ignorieren wir und das wird auch entfernt, weil der Client nun nicht mehr auf die Daten auf den Server zugreift. Wenn Sie das tun, dann arbeitet der Client autark, also sprich alleine für sich, ohne Rücksichtnahme auf die Daten am Server. Also das sollten Sie nicht tun. Wenn Sie diese Meldung erhalten, sollten Sie auf Nein klicken und dann sollten Sie tatsächlich sicherstellen, damit der von Ihnen ausgewählte Netzwerkpfad im Windows erreichbar ist oder beziehungsweise eingerichtete Netzwerkpfad im Windows erreichbar ist. So, dann sind wir durch mit dem Video. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und bis bald. Tschüss! 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 Tschüss!